Rettung durch den Hochgebirgsjägerzug. Die Spezialisten sind bei einem Unfall schnell zur Stelle. Absturz in eine Schlucht. Die Soldaten des Hochgebirgsjägerzuges eilen zur Hilfe. Wir haben eine verletzte Person unten in der Reichstückklamm. Wir brauchen das ganze Material für das Kransystem. Das heißt, Statikseile, die Rück- und Vorholseile, sowie die Courtney-Rollen. Der Unfallplatzkommandant teilt ein und überwacht das Geschehen. Gleichzeitig steigt der Ersthelfer und Heeresbergführer zu der abgestürzten Person in die Schlucht hinab. Nur er darf diese Tätigkeit ausführen. Der Ersthelfer kümmert sich um den Verletzten. Also die ganze Ausrüstung haben wir nicht immer dabei. Das ist die Ausrüstung für eine planmäßige Bergrettung. Das heißt, wenn wir im Vorfeld informiert worden sind, es ist irgendwo was passiert. Und wir wissen ungefähr grob, was passiert ist und wo. Nun bringen die Soldaten des Hochgebirgsjägerzuges das Material an die Unfallstelle, um die Person aus der engen Schlucht retten zu können. Neben dem Kampf in schwierigstem Gelände und in extremen Höhen sind die Soldaten auch für die Rettung von Personen im Gebirge ausgebildet. Wir haben jetzt das Kransystem mit unserem Rettungssatz aufgebaut. Da befindet sich hier einmal das Kransystem oder auch Laufkatze genannt, wo ich hier die zwei Trägerseile habe. Hier unten, wo dann der Retter bzw. der Verletzte mit eingehangen wird. Und wo dann hier quasi der Verletzte und der Retter auf- und abgezogen wird. Der Ersthelfer betreut währenddessen die verletzte Person. Er stellt eine erste Diagnose und fordert weitere Hilfe an. Einsatzleiter, hier Ersthelfer kommen. Hier Einsatzleiter kommen. Hier Ersthelfer, verunfallte Person, vermutlich Schädel, Hirntrauma, des weiteren Verdacht auf Wirbelsäulenverletzung und Fraktur, rechter Unterschenkel benötigen zum Abtransport, Vakuumatratze sowie JT und einen weiteren Helfer bzw. Retter kommen. Daraufhin wird ein weiterer Soldat abgelassen. Er unterstützt den Ersthelfer und hat das entsprechende Material, das zum Abtransport benötigt wird, dabei. Der Verletzte kann nun aus der Schlucht befreit werden. Die Gebirgsjäger sind ein eingespieltes Team. Nicht nur bei militärischen Unfällen, auch im zivilen Bereich werden sie zur Hilfe gerufen, wenn es nötig wird. Verletzte Person und zwei Zilfer fertig zur Aufnahme kommen. Ja, verstanden, fertig zur Aufnahme, wir holen hier drauf. Mit der Faserseilwinde können bis zu drei Personen gleichzeitig aus der Schlucht gehoben werden. Sepp dient dem Hochgebirgsjägerzug immer wieder als Unfallopfer. Mit fast 60 kg ist er nicht gerade ein Leichtgewicht. Mit bloßer Muskelkraft werden der Verletzte und der Zweithelfer nach oben gewünscht. Hier kümmern sich nun die anderen Soldaten des Hochgebirgsjägerzuges um den Verletzten. Die Handgriffe müssen sitzen. Schnellstmöglich versorgen, lautet hier die Devise. Anschließend wird der Verunglückte in das Haupttransportmittel der Gebirgsjäger, den Hecklund, geladen. Damit wird die verletzte Person zu den Rettungskräften gebracht, die an einem Ort vor dem schwierigen Gelände warten. Heute war es nur eine Übung. Für den Ernstfall ist der Hochgebirgsjägerzug aber gut vorbereitet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017